Hallo Robert, ich habe eine Bitte an dich. Mein Wagen hat zwei kleine Macken. Könntest du diese vielleicht ausbessern? Ich habe dir alles nötige plus noch ein paar extra Teile zum Verbauen bereitgelegt. Ich habe dir den Wagen in die Garage gestellt. Vielen Dank. Welche Wagen? Okay. Noch mal. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.